So, gleich wollen wir rechts rein fahren, nach Klein Harry, Klein Harry Feld. Da geht es in zwei. Groß Harry Feld waren wir schon. Oh, und das jetzt. Noch kleiner ist als Groß Harry Feld. Ja, sieht nicht so aus. Hier ist sogar noch mehr als ein Haus. Dein Harry. Ja, sieht richtig mächtig aus hier. Gewaltig. Da war wohl noch eine Siedlung. Gut, dann wird es da rechts. Das ist hier Klein Harry. Dann ist Klein Harry hier. Am 21. September 2012. Fleisch und Wurstwaren gibt es hier in der Fabrik. Und Münster Stadtbitte wollen wir hin. Das wollen wir uns anschauen, heute am Freitag, den 21. September. Guck mal hier. Stapelentechnik. Mit Klein Harry. Ach, Groß Harry, Leute. Alles klar. Okay, tschüss.